Hi und herzlich willkommen zurück. Ist es wieder soweit, ja? Willkommen. Starten wir mit... ...unser allerliebling. Ich will nicht der scheiß Haufen Batterien haben. Jetzt bin ich Facecam ein bisschen so. Ne, ich möchte schön ein Minecraft-Bild dabei haben. Dokument Results. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. Das ist gruselig. Wieso? Dürft ihr die Batterien haben, bitte? Da ist da einer. Voll in dieses Auge, in sein scheiß Auge so. Oh Mann, ey. Dokument Results. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. ...weil der Batterie haben. Ich hasse Balloon Boy. What? Der lacht mich aus. Das gibt's nicht. Ich lass mich nicht auslagen von dir, du kleiner Haufen. Scheiße, du. Und mein Handy laden. Dokument Results. Falls jemand fragt. Ja, ich habe mehrere von den Playstation T-Shirts, weil... ...Playstation YouTuber, was erwartest du? Eigentlich ist das gleich alles im Aktuell Play, äh, das gleich hauptsächlich von der Playstation aus. Außer halt die Bonus-Videos. Die sind meistens vom PC. Dokument Results. Noch schneller gehen. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. Okay, wir wissen jetzt, wenn er mich jetzt anguckt, der Scheißhaufen kann ich das nicht machen. Weil er mich dann mittendrin Jump Scam wird. Kann ich auch schnell sein, wie ich will. Funktioniert nicht. Beginn Audio Prompt in 3, 2, 1. Ne, sag nicht bitte. Lach dich aus. Klaut's einfach und dann lacht er. Das ist Balloon Boy. Da ist ne fucking Batterie. Heslon. Schäm dich. Noch am überlegen, ob ich nur mit Playstation Merge die Kamera agiere. Man ist aber auch das Playstation Kissen hinten liegen. Einfach weil... Playstation. Warte mal mehr warten. Ich bin als Nintendo Kind aufgewachsen. Ich bin dann zu Team Playstation gewechselt. Ne, die 3 Batteries... Batteries. Batterien behalte ich. Das piegst dir so. In die Augen. Kannst du aber gucken. Kannst du doch nicht mehr, aber... Vergiss alles. Bup! Bup! So, heute machen wir ja nur noch interessante Charakter. Deshalb kommt heute das Endoskelett. Okay, dass das geschockt werden muss. Ergibt Sinn. Dokument Result. Was ist das Auto? Beginn ein Audio Prompt in 3, 2, 1. Ich glaub, der mag mich nicht. Ich glaub, der ist wütend. Gut. Jetzt machen wir den üblichen Trick. Ausreden lassen. Rein. Runter. Schocken. Und wenn er sich jetzt bewegt... Warten. Also jetzt reingehen. Warten bis er fertig ist mitreden. Schocken. Dann das nächste. Ist er. Und irgendwann durfte er sich nicht bewegen. Schocken. Und da hat er sich nicht bewegt. 3, 2, 1. Ich wäre ein Profi in Pizzeria Simulator. Das Spiel habe ich auch, aber... bisher meide ich das Spiel zu spielen. Ich spiele auch lieber die FNAF Fan Games als die Originalteile. Ich weiß nicht warum. Ich habe das Gefühl, die Originalteile sind irgendwie... ausgelutscht. Weiß nicht. DOKUMENT RESULTS. DOKUMENT RESULTS. herr baby schockt ob sie einfach aus wie ein gut gebräunter arsch ist das schon der angriff ich vertraue dir nicht das ist das sieht schon sehr strange aus ein bisschen fake vielleicht doch ein bisschen zu sehr gebräunt welcher hier kopf darstellt sieht schon doch sehr unnatürlich aus da hat jemand sehr viele orangen saft moribensaft getrunken da müssen drei folgen machen übrigens von den interessanten robotern jetzt bewegt sie sich nicht oder sie bewegt sich doch das heißt wir gehen runter auf 250 das war baby du und deine großen grünen augen fast 23 uhr übrigens nur mal so ich glaube übrigens auch dass der typ der damit redet im tape henry ist also der komplizier kollege mit inhaber von 5 also quasi der kollege von wir schauen uns mal den an der hier ist aus schade mit schon nix wir machen es genauso wie immer aktivieren angucken zweiten aktivieren er hat sich bewegt nichts machen jetzt reingehen rausgehen instant schocken muss schnell gehen aber er sollte rauskommen wenn wir jetzt reingehen wurde rauskommen also zu bewegen warten ist natürlich fertig ist mir drehen schocken reingehen eventuell noch mal schocken wenn er sich dann nicht bewegt bleiben wir bei 500 wenn er sich bewegt gehen wir auf 250 runter der moment wenn man schritte hört wenn man übermüdet ein horrorspiel spielt langsam paranoid wird es ist wirklich gruselig es ist gruseliger als das spiel könnte aber auch nur meine katze sein die hier gerade rumstreuen dokument resultat you have completed the maintenance checklist and may proceed ja haben wir gewonnen war so play machen wir von der seite noch ihn beginn audio prompt in 3 2 kehrt sich nicht bewegt aber in allem bin ich auch die folge schätze man kann noch zwei folgen document result jetzt macht es mich langsam wahnsinnig beginn audio prompt in 3 ich guck nach der runde mal nach dass da draußen wirklich irgendwas ist bei den horror aus horrorfilmen haben wir gelernt nachgucken ist dumm dokument resultat beginn audio prompt in 3 das hat mich gerade an der schulter und nippel das hat mich gerade an der schulter und nippel 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 wenn euch das spiel mal selbst holen ist kostenlos bei gamejoy erster link in der video beschreibung weil ich bin ein Ehrenmann zürich pack ich so rein nicht so wie andere die solche spiele vorstellen man denkt sich früher hab ich mal gedacht boah vorher haben die ganzen youtuber diese spiele ist ja voll krass cool wie viel geldt ihr für uns ausgeben wir sind eine kostenlose spiele das war tages mal hier ja und damit bis zum nächsten mal haut rein und bleibt gesund man sieht sich nicht so wie viele die oder die 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 Untertitelung des ZDF, 2020